So, jetzt aber. Jetzt aber, jetzt schaffen wir das. So, hier rüber. Dann ein bisschen warten, bis der Fisch wieder da ist. Ich bin nicht schnell genug. Respektive, ich bin zu... Ich will da jetzt rüber. Sofort. Ja, schwierig. Ah, da ist der nächste Fischi. Ja, da müssen wir gleich mal ein bisschen warten, da vorne. So. Dann warten wir auf Fischi. Oder wir machen es einfach nicht und sind wieder genauso risky wie vorher auch. Kennt man ja. Und nächstes Totenkopf-Level. Okay. Hä? Oh, 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 oh. Zurück, 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 zurück. Shit. Okay. So. So. Nein. Da ist aber ein schwieriges Totenkopf-Level. Boah. Boah. Das, äh... Das killen wir jetzt nicht für eine Karte. Das killen wir jetzt nicht für eine Karte. Nein. Gehen! Das war echt das schwieriges Level. Muss ich ihn lassen, haben sie gut gemacht. So. Alter. To be honest, eins der schwierigsten Totenkopf-Level, die wir jetzt hatten. So. Es fehlen immer noch vier Level. Perfekt im Kreis gelandet. So. Das ist ein User-Generated-Level. Du bist noch ein normales Level. Krass, wir haben so viel Level übersehen. Ja, I believe I car fly. Und trotzdem wieder Dings kaputt gemacht. So. Und jetzt volle Müde. Bisschen abkürzen. Und das war, das war, das war, das war, äh, wie sagt man heutzutage? Arschknapp. Yeee. Und eine perfekte Dreipunkt-Landung. So. Damit fehlen uns immer noch drei Level. Wo haben wir drei Level übersehen? Ach, warte, die User-Generated-Level zählen ja auch. Ja, ja, das ist cool. Die User-Generated-Level zählen ja auch. R Carmichael, die User-Generated-Level. Rack. Das war, die Nummer vier. Rack. Warte. Zählen, die mort sind packt. Sie sind all die Wirkart-Level. Sie sind alle drei Broadway-Level. Sie sind alle, die drei Dinge wie sie finden. Sie sind heute, die wir die Möglichkeit haben. Sie sind alle. Ja, oben lang ist es eigentlich am einfachsten. So. Oh, nein. Mann. Oh, nein. Ach, Mann. Das muss doch funktionieren. So, erstmal jetzt hier hoch. Was ist das? Vielleicht machen wir es ohne Boost? Oder nur mit einem Boost? Ah, das sind immer alle Boosts. Geht doch. Da ist das Ziel. Ich sehe das Ziel. Ich sehe das Ziel. Ah, alle Level von Episode 1 abgeschlossen. Geht doch. So. Da steht immer noch 24. Da ist die Kronen. Gut, wir haben die Errungenschaft freigeschaltet. Und ich würde sagen, damit machen wir für heute auch erstmal Feierabend. Mit diesem Spiel. Ich meine, wir haben neun Episoden. Also wir haben mehr als genug, was wir noch an Leveln haben. Ähm, aber dann gehen wir jetzt zurück zu Episode Nummer 4. Und wie es in Episode 4 Verlängerung weitergeht, das sehen wir beim nächsten Mal. Also wir haben es, wir sind jetzt Universe.